Dann darf ich Ihnen jetzt die Frau Elke Edlinger vorstellen. Die Frau Elke Edlinger spricht heute für uns über die Bewegung von Mehr für Care. Sie ist Teil dieser bundesweiten Koordinierungsgruppe von Mehr für Care, arbeitet beruflich auch an der Schnittstelle zu sozialen Bewegungen als Unternehmensberater für NGOs und hat nebenbei auch noch etwas Erfahrung in der Politik als Kommunalpolitikerin in Graz. Und wir freuen uns sehr, dass wir diese Bewegung, also die Vorstellung von Mehr für Care für unsere Reihe der sozialpädagogischen Blicke gewinnen konnten und bedanken uns jetzt schon sehr, sehr herzlich bei Frau Elke Edlinger und freuen uns auf ihren Vortrag. Herzlichen Dank für die nette Einbegleitung. Ja, ich habe meinen Vortrag übertitelt mit Ohne Care Arbeit steht alles still und gewähren Sie mir etwas Zeit dahingehend, dass ich erst später erkläre, warum ich diesen Titel verwendet und ausgewählt habe. Mehr für Care ist ein breites, überparteiliches Bündnis aus verschiedensten Organisationen, ich erkläre das alles noch näher, und engagierten Einzelpersonen. Und wir setzen uns, wie es der Name ja in Wirklichkeit schon aussagt, für ein vielfältiges Mehr für Care ein. Mehr Zeit, mehr Geld, mehr Anerkennung, mehr Wertschätzung, mehr Rechte, mehr Gerechtigkeit. Also es lassen sich noch einige weitere Meers finden. Hier starte ich mit einigen Fotos von unseren ersten Aktionen. Mehr für Care hat sich ja gegründet, Anfang 2021, gibt es mittlerweile in verschiedenen Bundesländern. Und eine der ersten Aktivitäten war auch, den öffentlichen Raum einzunehmen für die Anliegen von Care. Sie sehen sie hier auf den Fotos, zum Beispiel links oben, unsere Forderungen symbolisch dargestellt in drei Paketen. Wir haben Forderungen, die wir so übertitelt haben mit Zukunfts- und Bildungspaket. Hier geht es um Elementarpädagoginnen, die Gruppengrößen in Kindergärten, die Fachkräfte für Integration und für Vielfalt. Da ist auf drinnen mehr Schulsozialarbeit als Forderung. Aber auch die Frage, Ganztagsschulplätze, also alles, was so unter Zukunftsorientierung und Bildung zusammenzufassen ist. Das zweite Paket, große Forderungspaket, da geht es um den Pflegebereich. Auch hier einfach bessere Rahmenbedingungen, bessere Arbeitsbedingungen, mehr öffentliche Investitionen in die Pflege und vor allem eine durch die öffentliche Hand oder gemeinnützige Unternehmungen erbrachte, Pflegedienstleistungen, nach dem Stichwort kein Profit mit unserer Gesundheit. Und der dritte Bereich ist, das haben wir so genannt, Solidaritäts- und Lebensrettungspaket. Hier sind auch verschiedenste unserer Forderungen subsumiert. Da geht es auch um Fragen gerechter Verteilung von unbezahlter Sorgearbeit, mehr Geld für Gewaltschutz, aber auch zum Beispiel die Frage Höhe des Arbeitslosengeldes und wie hoch die Nettoersatzrate ist, ist da von den Forderungen her subsumiert. Ich stelle ja nicht nur mehr für Care vor, sondern das Thema ist ja auch dann von Frau Maurer, soziale Bewegungen an sich und so ein Parameter im Agieren von sozialen Bewegungen ist ja auch immer quasi Raum einzunehmen, auch öffentlichen Raum einzunehmen, quasi Platz für Care-Anliegen zu schaffen. Und ich selbst sitze ja in Graz und spreche auch heute von Graz. Ich bin aktiv in der steirischen Aktionsgruppe von Mehr für Care und in der bundesweiten Koordinierung. Deswegen sind die Fotos, die Sie heute sehen, in erster Linie aus dem steirischen Feld kommend, weil ich da mit den Fotokredits mir am leichtesten getan habe, die auch verwenden zu dürfen. Also ein so ein Aspekt ist einfach überhaupt hörbar, sichtbar zu werden, auch im öffentlichen Raum und in den öffentlichen Raum auch zu nutzen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen über unsere Forderungen und Anliegen, wo wir in Wirklichkeit davon überzeugt sind, dass wenn es um Care geht, de facto jede und jeder davon profitieren würde. Ja, wir versuchen auch so ein bisschen einfach, das vorher waren eben Aktionstagsfotos, wo dann größere Gruppen unterwegs sind. Wir versuchen aber auch so schnelle, windige, also so schnelle Schnellboote, auch so kleine, spritzige Aktionen zu machen, auch sehr ressourceneffizient zu agieren. Das heißt, diese Forderungspakete, die ich vorher vorgestellt habe, haben wir da zum Beispiel durch die Grazer Innenstadt getragen, einfach um neugierig zu machen auf unsere Anliegen, um dadurch auch wieder Gesprächsanlässe zu erreichen, um mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. Ja, wir nutzen natürlich auch andere Veranstaltungen, um uns als mehr für Care vorzustellen. Und auch wir hatten eine große Unterschriftenaktion, auch um Unterschriften zu sammeln. Hier ein paar Fotos, wo Vertreterinnen von uns bei der Pflegestraße, das war ein Informationsmarkt in einem Einkaufszentrum, auch vertreten waren bei verschiedenen Festen, bei verschiedenen Protestveranstaltungen, durften wir auch das Mikro ergreifen und unsere Anliegen kundtun. Ebenso versuchen wir einfach auch präsent zu sein und auch solidarisch zu unterstützen, wenn bestimmte Berufsgruppen zum Beispiel aus dem Care-Bereich ihre Forderungen erheben oder Protestveranstaltungen machen. In dem Fall war das die große Demonstration von Elementarpädagoginnen in Graz, wo wir dann auch natürlich teilnehmen. Und obwohl, wie ich selbst bin, nicht aus der Elementarpädagogik und auch meine Kolleginnen zu einem großen Teil nicht, aber einfach auch als Akt des solidarischen Handelns. Aber wir versuchen darüber hinaus auch andere Veranstaltungen, Aktionen, Aktivitäten zu setzen, das mit den Steinen, die Fotos mit den Steinen erklärt. Und das ist so die Überlegung, so wirklich auffallende Steine im öffentlichen Raum auszulegen. Und wenn das jemand dann angreift und umdreht, ist zumindest unsere Homepage angegeben, also ein bisschen Guerrilla-Marketing. Ähnliches hier, wo Sie diesen gestrickten Schal sehen, das sind so Überlegungen, Bäume zu umwickeln im öffentlichen Raum, um einfach auf das notwendige Meer für Kehr auch im Alltag immer wieder hinzuweisen. Aber wir nehmen uns auch politische Anlässe als Aufhänger zu Nutzer. Ganz links oben der Hinweisbefragung der Spitzenkandidatinnen zu Kehrthemen bei der Gemeinderatswahl in Graz. Letztes Jahr der Gemeinderatswahlkampf in Graz war, das werden Sie nicht wissen, aber sehr stark eher von Bau- und Raumordnungsfragen geprägt, sehr stark von verkehrspolitischen Fragen geprägt. Und für unseren Geschmack sind einfach Kehrthemen in der öffentlichen Diskussion und auch in der Werbung der Parteien viel zu sehr untergegangen. Und wir haben einfach dann unsere Forderungen hergenommen und heruntergebrochen auf die kommunale Ebene. Es ist ja nicht für alles die kommunale Ebene zuständig, aber dort, wo es einen kommunalen Bezug geht, haben wir einen sehr umfangreichen Fragenkatalog ausgesandt und die schriftlichen Antworten eingeholt. Einfach auch, um so ein bisschen Stachel im Fleisch zu sein und mitzuhelfen, dass Kehrthemen, Sorgearbeitsthemen nicht untergehen und zu transportieren, dass das genauso wichtig ist wie Raumordnungsfragen und vielleicht, möglicherweise sogar noch manchmal da oder dort wichtiger. Wir veranstalten auch darüber hinaus zum Beispiel inhaltliche Diskussionen, Buchpräsentationen online und in Präsenz. Ich habe da auch aufgelistet den Begriff Care-Raum, Care-Traum. Das sind so Workshop-Designs, die wir entwickelt haben, wo wir interessierte Menschen zusammenholen für drei Stunden und einladen, einfach so über ihre eigenen Care-Bezugspunkte, ihre eigenen Care-Biografien, aber auch über, möglicherweise, ihre Überlastungen etc. sich auszutauschen und gemeinsam darüber auch nachzudenken und ein bisschen ins Träumen zu kommen. Wie würde denn eine Gesellschaft ausschauen, wenn wir hier Sorgearbeiten wirklich nach unserem Geschmack optimal erfüllen könnten, egal ob bezahlte oder unbezahlte Sorgearbeiten. Wir versuchen Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Medienarbeit, wir betreiben einen Facebook-Kanal und einen Instagram-Kanal, also auch Social Media, versuchen wir bestmöglich in den Blick zu nehmen. Wir veranstalten auch für uns interne Arbeitstagungen, Klausuren, wo wir dann immer wieder so viertel- und halbjährlich schauen, wie haben wir uns weiterentwickelt und wo kann es hingehen, wobei vielleicht an dieser Stelle auch schon an, ich gehe dann später nochmal mit einer Folie darauf ein, also eigentlich 99,9% bei uns arbeiten ehrenamtlich und den meisten, die aktiv sind, ist ja auch sonst nicht fahrt. Das heißt, wir versuchen auch da nicht so in herkömmliche alte Strukturen oder Verhaltensmuster zu verfallen, dahingehend, das muss gemacht werden und das muss gemacht werden und das muss gemacht werden, weil wir halt glauben, so kann man sich politisch engagieren aus irgendwelchen alten Erfahrungswerten, sondern wir versuchen eben, und das sage ich jetzt beim Stichwort-Klausuren da auch immer wieder stark hinzuschauen, okay, wo spüren wir die Energie, wo zieht es uns hin, also es ist immer so ein bisschen ein Abwägen auch zwischen strategischem Vorgehen, aber vor allem auch Rücksichtnahme, so quasi, wo liegen die Interessen der Aktiven, wer will sich wo verstärkt einbringen. Das Stichwort Regionalisierung habe ich ja geschrieben, kurz schon angesprochen, es gibt Mehrverkehr bereits in mehreren Bundesländern, aber das Stichwort Regionalisierung ist für uns auch in der Steiermark eine Herausforderung, wir sind momentan von der Gruppe unserer Aktiven noch sehr stark auf den Grazer Zentralraum, auf den Großraum Graz konzentriert und das ist so ein wichtiges Vorhaben für uns, aber auch in die ländlichen Bezirke zu kommen, dort auch Regionalgruppen zu gründen, um hier bestmöglich zu vernetzen, unser Netzwerk eben auszubauen, wobei nicht nur im Sinne von eigenen aktiven Personen, sondern auch wir leisten sehr viel an Vernetzungsarbeit hin zu anderen Organisationen, zu Kammern, zu Berufsgruppen, zu anderen engagierten Organisationen, der Zivilgesellschaft, also auch das ist etwas, wo wir versuchen zu schauen, wo können wir gemeinsam etwas machen, wo können wir vielleicht auch gemeinsam mehr erreichen. Und der letzte Punkt, auch bei noch so viel Liebe zu unserem Engagement, brauchen wir Ressourcen, um Folder zu drucken und gewisse Aktionen auch finanzieren zu können. Das heißt, Teil unserer Arbeit ist auch überhaupt, also nicht nur Mitarbeiterin, sondern von menschlichen Ressourcen weiter auszubauen, sondern auch Finanzierungen immer wieder aufzustellen. Also in Wirklichkeit, ich komme bei der Einleitung, Einleitung wurde es darauf hingewiesen, ich war ja früher parteipolitisch in der Kommunalpolitik aktiv und da gibt es ein ganz anderes Finanzierungssystem schon allein durch die öffentlichen Förderungen, die da für Parteien da sind. Und ich kann den Unterschied sehr wohl jetzt sehr gut einschätzen, denke ich mir, aufgrund dieser alten Erfahrungen von mir. und für mich ist es deswegen umso erstaunlicher, wie viel engagierte Menschen, die sich einfach zusammentun und die was bewegen wollen, erreichen können, mit wie wenig Mitteln. Lassen Sie mich das noch aus meiner persönlichen Erfahrung einfach einbringen als Hinweis. klar, eine gewisse Organisationsform, Struktur brauchen auch wir. Wir sind ja gestartet zu Corona-Zeiten und zu Lockdown-Zeiten. Damals ist noch viel online gelaufen. Wir versuchen aber eben, wenn es geht, uns regelmäßig auch in Präsenz zu treffen, weil es wissen Sie selber eine eigene Qualität hat. Und unsere bundesweiten Koordinierungsthemen, Treffen und Arbeitsgruppen finden zum überwiegenden Teil online statt. Jetzt habe ich Ihnen schon berichtet, was wir so ein bisschen versucht, einen Eindruck für Sie bildhaft zu verschaffen, was wir tun. Lassen Sie mir aber trotzdem jetzt noch kurz einen Schritt zurückzumachen, damit Sie auch wissen, wo wir herkommen, nämlich zu unserer Historie. die Bilder, die ich gewählt habe, dürften vielleicht selbst oder hoffentlich selbst ergehend sein, ich sage trotzdem ein paar Sätze dazu. Ausgangspunkt war durchaus ein kleines Virus, also Corona, hier sehr groß im Bild, das etwas sichtbar gemacht hat in der breiten Bevölkerung, was vielleicht da oder dort von vielen vorher noch nicht gesehen wurde und das auch für viele dann spürbar gemacht hat, was es heißt, quasi schon fast zu verbrennen oder belastet zu sein und durch Corona waren einfach bestimmte Probleme, die im Zusammenhang mit Care-Arbeit, mit Sorge-Arbeiten, Arbeitsfeldern gesehen werden können, plötzlich breiter im Fokus, breiter meine in der Gesellschaft, ganz einfach Systemerhalterinnen sind auf einmal sichtbar geworden. Wir erinnern uns noch an das Klatschen, aber auf einmal waren auch Einzelhandelsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ihrer Wertigkeit und in der Wertigkeit ihrer Arbeit im Blick der Gesamtbevölkerung, aber auch andere Bereiche der systemkritischen Infrastruktur und der Menschen, die dort gearbeitet haben. B- und Überlastungen standen viel stärker am Schirm als davor, was so die öffentliche Wahrnehmung anlangt, nicht nur im Pflegebereich und wurden auch persönlich spürbar, nicht nur für die Betroffenen, zum Beispiel aus dem Pflegebereich, sondern auch für mich als Ottilien-Normalbürgerin, war dann irgendwie, also, wenn ich jetzt mich vorher noch nicht irgendwie mit politischer Analyse beschäftigt, hätte, aber ich denke mir, für viele ist dann auch persönlich klar geworden, was es für sie und ihr Leben heißt, möglicherweise auch ihr Überleben, dass Gesundheitswesen gut funktioniert und dass dort nicht quasi ausgebauerte, völlig überlastete Menschen arbeiten müssen. Möglicherweise ist breiter die Frage gestellt worden, was ist wirklich wichtig für unser Zusammenleben und zwar nicht nur als Familien, sondern als Gesellschaft und auch andere Themen waren teilweise öffentlicher, stärker in Diskussion, existenzielle Nöte, auch die unbezahlte Sorgearbeit ein Stück weit raus aus der Blackbox, weil ansonsten beschäftigen sich zum Beispiel Ökonomen, Ökonominnen oder auch die Politik ja selten mit der Frage, wie gerecht Sorgearbeit die unbezahlte Sorgearbeit zum Beispiel zwischen den Geschlechtern verteilt ist, aber es hat dann ja relativ bald erste Studien gegeben, wie viel stärker Frauen in Barbeziehungen mit Kindern, wie viel Stunden pro Woche sie dann während des Lockdowns und während die Schulen geschlossen waren, etc., mehr an mehr Arbeit übernommen haben als ihre Partner. aber auch Gewaltschutzfragen oder Fragen psychischer Belastungen waren auf einmal viel stärker in den Medien. Sie erinnern sich wahrscheinlich alle und ich habe da jetzt noch ein paar Platzhalterpunkte, weil das sind jetzt nur exemplarisch ein paar Auszüge aus dem, wo es einfach ein bisschen eine Veränderung gegeben hat, was scheinbar wichtiger geworden ist durch Corona in der öffentlichen Wahrnehmung und diese geänderte Diskussion im öffentlichen Raum, im medialen Raum ist quasi getroffen auf engagierte Menschen, die versucht haben, hier auch eine politische Analyse anzuwenden, nämlich die Fragen gestellt haben, wer profitiert von Konjunkturpaketen, von Maßnahmen der Regierung, in welchen Bereichen wird wirklich investiert, wer hingegen profitiert nicht oder nur wenig und kommt möglicherweise mit der eigenen Existenzsicherung noch stärker unter Druck, aber also Fragen, wie hoch sind Löhne in Kehrberufen und ist es ein Zufall, wenn das Kehrfelder sind, wo die Löhne nicht sonderlich hoch sind, ist es ein Zufall, dass dort mehrheitlich Frauen arbeiten, wie gerecht ist unbezahlte Sorgearbeit verteilt und in Wirklichkeit, wenn diese Fragen analysiert werden und wenn man sich die Zahlen dazu anschaut und die diversen Erhebungen und Studien und Auswertungen, die in der Zwischenzeit gemacht wurden, konnte dann schon relativ früh zu Beginn der Corona-Krise festgehalten werden, dass die aktuelle Krisenpolitik soziale Schieflagen verschärft und ungerechte Verteilungsverhältnisse auch stabilisiert oder sogar noch vergrößert und dass die aktuelle Krisenpolitik nicht nur auf einem, sondern fast auf zwei Augen blind ist für Geschlechterverhältnisse im Sinne der Betroffenheit und der Lastenträgerinnen. Und jetzt sind wir quasi am Ausgangspunkt, am Startpunkt, am Geburtsbett von mehr für care angelangt. Aus diesen Analysen hat eine Gruppe, die sich Femfiskal nennt, das ist ein Zusammenschluss, ein Netzwerk verschiedener Organisationen aus dem feministischen Bereich und Attac ist da auch dabei, die haben ein feministisches Konjunkturpaket entwickelt, um hier etwas entgegenzuhalten und einzufordern, dass diese ungerechten Verteilungsfragen besser und anders gelöst werden und haben dann ein Forderungspaket eben entwickelt, dieses feministische Konjunkturpaket macht in Summe 12 Milliarden aus, die Pakete habe ich vorher schon anhand der Fotos ein bisschen versucht zu skizzieren, um welche Lebensbereiche es hier geht und man hat gesagt, okay, es ist uns aber zu wenig, jetzt das nur zu entwickelt zu haben und dann vielleicht eine Presseaktion dazu zu machen und das war es dann wieder, sondern man will das, oder besser gesagt Frau will das, weil die große Mehrheit der hier Initiativ gewordenen Menschen Morvenfrauen, man will das mehr in die Breite tragen, es hat dann eine Online-Konferenz zu Beginn des Jahres 2021 gegeben, wo österreichweit die Fragen rund um diese Themenstellungen diskutiert wurden, das Konjunkturpaket diskutiert wurde und diese Konferenz hat damals bereits den Titel Mehrverkehr gehabt und auch da war, das war eigentlich nur wieder ein Zwischenschritt denn am Ende der Konferenz war für viele der Beteiligten klar, auch hier will man nicht stehen bleiben, sondern es geht ums dranbleiben, Politik ist bekanntlich das Bohren harter Bretter, manchmal, manchmal geht es schnell, aber oft eben braucht es wirklich ein Stück weit auch einen langen Atem und ein dranbleiben und aus dem hat sich dann Mehrverkehr Wirtschaften fürs Leben entwickelt, was so wie es uns heute gibt, nämlich ein breites überparteiliches Bündnis eben von verschiedensten Organisationen quer durchs Land, ich habe hier ein paar Logos aufgelistet und auch ein Bündnis des engagierten Einzelpersonen, die jetzt keiner Organisation angehören, die Möglichkeit bietet, sich politisch zu engagieren und hier einzubringen. Ich zum Beispiel bin hier als Einzelperson dabei, weil mir einfach es wichtig ist, dass wir hier Gesellschafts- und verteilungspolitisch vorankommen. Und dieses Bündnis hat dann eben eine Petition jetzt über ein Jahr Unterschriften gesammelt für dieses Forderungspaket, die sind letzte Woche überreicht worden, im Zuge auf einer Aktion mit einer alternativen Budget-Rede vor, es war ja letzte Woche quasi der Auftakt für die Budgetverhandlungen im Nationalrat, wo der Finanzminister dann seine Budget-Rede gehalten hat und auch hier haben wir uns quasi den öffentlichen Raum genommen und eine alternative Budget-Rede im Sinne jener, die den Care-Bereich brauchen und die Care-Arbeiterinnen brauchen und auch im Sinne der Care-Arbeiterinnen und wir haben eben noch einmal das genutzt, um auf unsere Forderungen hinzuweisen und auch die Unterschriften zu überreichen und jetzt kommt es dann zur Auflösung wie eingangs angekündigt, warum mein Beitrag heute ohne Care oder ohne Care-Arbeit steht alles still heißt in Wirklichkeit haben wir durch Corona hoffentlich in der Breite bekannt, dass Care-Arbeit bezahlt oder unbezahlt die Grundlage ist, sonst steht eben wirklich alles still, jede und jeder von uns ist auf Sorgearbeit angewiesen, wir alle sorgen auch für andere und unser gesellschaftliches und wirtschaftliches System nimmt darauf aber zu wenig Rücksicht und wir erleben so, dass in allen Care-Arbeitsfeldern ein ähnlich frustrierendes Bild gegeben ist, es ist zu wenig Zeit, zu wenig Personal, zu wenig Geld, zu wenig Anerkennung, zu wenig Gerechtigkeit, Stress, Überlastungen, also vorher vorher schon angesprochen und das trifft sowohl die bezahlte als die unbezahlte Care-Arbeit, weil auch für die Familien ist oft durch den Druck, durch den Arbeitsdruck zu wenig Zeit und auch zu wenig Geld, um gut füreinander oder für die Kinderbetreuung oder Angehörige gut pflegen zu können etc. Ich habe dann auch angemerkt, Ökonomie ist eine Drittbrettfahrerin, denn die Mainstream-Ökonomie, so wie sie an den betriebswirtschaftlichen Fakultäten gelehrt wird, blendet am großen Bereich der Care-Arbeit eigentlich gänzlich aus und stellt sie einfach ungefragt als gegeben hin. Das heißt, es wird nicht Rücksicht genommen auf Bedürfnisse und Rahmenbedingungen, die gute Care, gute Sorgearbeit braucht und ich glaube, ich habe es unter Anführungszeichen, es ist glaube ich ein Begriff von der Nancy Fraser, eben dieses Ökonomie ist Trittbettfahrerin und darum geht es uns auch aufzuzeigen, dass nicht der Care-Bereich und Sorgebereiche nicht irgendwie so nur Subventions- und Investitionsnehmerinnen sind, die irgendwie dankbar sein müssen dafür, dass sie finanziert werden, sondern dass sie in Wirklichkeit die Basis sind für allen Wirtschaftens, das erst danach stattfinden kann und erst möglich ist, dadurch, dass Reproduktionsarbeit zum Beispiel auch in den Familien betrieben wird. und um was es uns geht, ist einfach, wir brauchen da eine Hinentwicklung zu einer neuen, zu einem neuen Verständnis von Ökonomie, wir nennen es auch Care-Ökonomie, neue Vorstellungen und auch neue Lehre im Sinne eines fürsorglichen, versorgenden und vorsorgenden Wirtschaftens. Übrigens, lassen Sie mich bitte an der Stelle noch den Hinweis setzen, dass wir auch da sehr viele gemeinsame Wurzeln mit der Ökologiebewegung und mit der Klimaschutzbewegung sehen, weil auch hier wird in der Mainstream-Ökonomie oder wurde in der Mainstream-Ökonomie wenig und im gesellschaftlichen System früher wenig und jetzt auch noch mal auf Tat umkämpft, wenig Rücksicht auf natürliche Ressourcen genommen und wir sehen es im Care-Bereich so, dass man hier im vorherrschenden System zu wenig Rücksicht auf menschliche Ressourcen nimmt, wie viel ist den Menschen zumutbar, was kann man den Menschen noch zusätzlich umhängen und wir sind einfach nicht bereit hinzunehmen schon gar nicht, dass das so getan wird, dass quasi die Ressourcen von Frauen eine unerschöpfliche Quelle wären. Das wollen wir nicht mehr. Und da noch eine Folie für Sie jetzt einfach eher so aus der Forschung über soziale Bewegungen vielleicht auch interessant und für diejenigen, die die da in dieser Richtung auch immer wieder mal sich beschäftigen oder etwas dazu lesen. Ein paar Punkte, die ich zusammengefasst habe, was für uns jetzt aufgrund dieser fast zweijährigen Erfahrung irgendwie so sich feststellen lässt. Was sind so spezifische Herausforderungen, die wir in unserem aktiven Tun wahrnehmen und dass sie aber gleichzeitig auch Chancen sind. Einerseits Care als Begriff ist noch nicht breit eingeführt ist unsere Wahrnehmung in Österreich. Bei Ihnen wird es was anders sein. Sie kommen aus dem Bereich der sozialen Arbeit und sind da bewandert und belesen. Aber wenn wir auf der Straße Diskussionen führen und unsere Forderungen auch herantragen dann braucht es manchmal ein Stück weit auch Übersetzungsleistung was ist denn mit Care gemeint und trotzdem verwenden wir auch den Begriff weil Sorge arbeiten manchmal auch sehr schwer zu erklären sind und Care fasst irgendwie so was die internationale Literatur anlangt fast besser zusammen. Also es ist einerseits durchaus eine Herausforderung es auch immer wieder erklären zu müssen was fällt für uns alles drunter für uns wir haben einen sehr breiten Care Begriff also nicht nur Pflege sondern Gesundheitswesen überall dort wo Menschen gebildet betreut unterstützt begleitet werden also für uns ist auch die soziale Arbeit ein Care Arbeitsfeld Care ist ein breites Feld ich habe es gerade versucht auch ein bisschen aufzuzählen auch das macht schwierig wenn wir jetzt irgendwie so ein Single Issue Anliegen hätten wo wir uns nur an eine Gruppe richten ist es manchmal leichter diese zu erreichen und wir haben halt wenn sie so wollen breiten Bauchladen an Themen mit denen wir daher kommen gleichzeitig das macht es manchmal herausfordernd aber gleichzeitig ist es auch eine gute Möglichkeit dass viele hier auch andocken können mit ihren individuellen Interessen der nächste Punkt wir sind als Bündnis eingetreten eben nicht so trennend wir kümmern uns nur um die unbezahlte Sorge Arbeit oder wir kümmern uns nur um bezahlte Berufsfelder der Sorge Arbeit und das erlebt man sonst ja nicht so oft weil es gibt Engagierte die sich um Arbeit im Sinne des Einsatzes für bessere Arbeitsbedingungen es gibt die Berufsgruppe der Pflege Fachkräfte es gibt die Berufsgruppe der Elementarpädagoginnen es gibt gewerkschaftliche Fachgruppen etc also die sind ja eher immer sehr im Rahmen ihres eigenen Berufsfeldes und wir versuchen aber quasi die Anliegen mit gemeinsamen Wurzeln zu sehen und sie auch verschränkt und gemeinsam quasi voranzubringen und das ist manchmal fordernd und gleichzeitig auch toll weil bei uns ein Raum entsteht wo eben verschiedene Berufsgruppen und jene die sich eben als Privatsorge Verantwortliche herausgefordert sehen wo die zusammenkommen können und auch gemeinsam politisch sich engagieren können genau bei der vorletzte Punkt der hier angeführt ist in der Hinsicht sind wir klassisch für soziale Bewegungen oder die letzten beiden Punkte wir haben jetzt keine Standstrukturen bei uns ist wir haben keine gewählte Sprecherinnen also das ist die Vorsitzende oder wie auch immer wir haben auch keine Statuten wo geregelt ist wer darf mitsprechen und wer nicht und wer darf welche Entscheidungen fallen wir haben auch kein abgegrenztes Programm wie es zum Beispiel Parteien haben das macht es manchmal im Tun herausfordernd aber auf der anderen Seite erlebe ich es durchaus als total befruchtend hier einfach immer wieder auch auf der Metaebene drauf zu schauen okay wo stehen wir und wie kommen wir da zu guten Lösungen und wir schaffen es ich bin auch da vielleicht kurz der Vergleich zu dem was wie ich es früher in der Parteipolitik auf der kommunalen Ebene auch erlebt habe also ich erlebe das Arbeiten jetzt wesentlich freier und wir sind auch in der Zusammensetzung wir wählen glaube ich nicht die gleichen Parteien wir manche träumen wahrscheinlich vor der Überwindung des Kapitalismus für andere ist das gar nicht vorstellbar also da finden sie wirklich im Bereich der Aktiven und der Aktivistinnen in unserem Feld ein sehr breites Spektrum und das macht es auch sehr befruchtend weil nicht alle das gleiche denken oder nicht alle das gleiche denken sollen oder dürfen jetzt fragen sie sie vielleicht abschließend was hat das eigentlich mit mir zu tun was die Frau Edlinger da jetzt schon die längste Zeit erzählt warum gibt es überhaupt im Rahmen der sozialpädagogischen Blicke so einen Vortrag also für uns ist soziale Arbeit ihr Arbeitsfeld oder ihr zukünftiges Arbeitsfeld fällt fällt ganz ganz klar in diesem Bereich der Care arbeiten und da habe ich jetzt einen Tippfehler drinnen die Zahlen sind natürlich groß geschrieben lassen sie mir lassen sie mich auch den Hinweis dalassen Budget ist im Allgemeinen in Zahlen gegossene Politik also was in der Politik für wie wichtig erachtet wird hat dann entweder mehr oder weniger Budget und deswegen ist wichtig ob zum Beispiel auch die soziale Arbeit als was Wichtiges angesehen wird und auch mit dementsprechenden Ressourcen finanzieller Natur ausgestattet wird Löhne und Gehälter die sie beziehen oder einmal beziehen werden hängen auch mit Fragen von Wertschätzung was wird als wertvoll oder besonders wertvoll angesehen zusammen und die Frage ob das Geld dann dafür da wird und investiert wird aber auch denke ich man durchaus im Bereich der inhaltlichen Aspekte ihrer Arbeit stellt sich schon die Frage welche Fälle ich habe von der Anführungs Anführungszeichen genommen ich weiß nicht wie sie die Menschen mit denen sie arbeiten bezeichnen ob das Klientinnen sind oder es wird je noch Organisation sein oder Kunden Kundinnen aber es steht sich da die Frage quasi welche dieser Probleme die da auftreten und die Menschen mit sich bringen die bei ihnen landen in der sozialen Arbeit werden möglicherweise einfach vom System produziert weil eben Überbelastungen bestehen weil Zugänge zu Chancen und zur Bildung und zur Gesundheit unterschiedlich verteilt sind weil wir ein ziemliches reich Armgefälle haben und die Schere immer weiter auseinander klafft was anderes was mir noch eingefallen wäre welche Möglichkeiten haben sie auch im Rahmen ihrer fachlichen Tätigkeit dann zur Verfügung um den Personen mit denen sie arbeiten nachhaltig weiter zu helfen von der von der angefangen wenn es um einmalige wirklich finanzielle Hilfen geht wenn sie in der Erwachsenen Sozialarbeit in einer BH tätig wären ist das leicht möglich oder ist es ganz schwierig zum Beispiel Kautionsbeträge als einmalige Zusahlungen aufzutreiben aber auch wenn sie im Bereich der arbeitsmarktpolitischen Angebote tätig wären gibt es einen dritten Arbeitsmarkt wo jene die am ersten Arbeitsmarkt einfach wirklich keine Chance mehr haben nachhaltig auch die Möglichkeit für Beschäftigung finden also wir könnten das jetzt für alle Bereiche der sozialen Arbeit wahrscheinlich durchdeklinieren wo wir Beispiele finden welche Instrumente sie ich nenne es jetzt mal Instrumente sie können mich gerne dann eines Besseren belehren welche Instrumente ihnen auch in ihrer Arbeit oder welche Möglichkeiten ihnen in ihrer Arbeit mit den Menschen zur Verfügung stehen und glauben sie mir eines ich war früher mal Stadträtin in Graz unter anderem für den Sozialbereich und da ist mir war für mich sowas von offensichtlich ich bin als Politikerin damals auf die Expertise von den Praktikerinnen in den verschiedenen sozialen Feldern angewiesen gewesen und gerade auch auf die Expertise jener Personen aus der sozialen Arbeit da habe ich Input gekriegt dahingehend was braucht es noch welche Modelle gibt es woanders schon etc. überschätzen sie nicht den inhaltlichen Diskurs innerhalb dieses Systems Politik und seien sie sich dessen bewusst dass es genau ihre Expertise ist die den Unterschied ausmachen kann ob im politischen Feld dann etwas wirklich essentielles beschlossen wird im Sinne eines besseren Lebens für möglichst viele also rückblickend zu mehr für klär gesagt wir sind ganz schön gewachsen und wir wachsen weiter wir freuen uns auch wenn sie Interesse haben sich einzubringen unsere Wahrnehmung ist von den Gesprächen mit der Bevölkerung auf der Straße bei Aktionen die Resonanz ist einfach gut es gibt ein sehr natürliches Gespür auch dafür dass so wie das läuft in unserer Gesellschaft es viele Ungerechtigkeiten gibt der Zuspruch ist groß und die Zeit ist wirklich reif für ein Mehr für Kehr ein weiter